weil sie nichts anderes hat, aber nicht mit besonderem Appetit. Sie haben deswegen auch Durchfall etwas, also wegen der Futterumstellung und weil es eben zu frisch ist. Und die Blätter, die dann an sich dunkelgrün oder trocken sind, werden dann eigentlich besser verdaut. Also bis in einem Monat sind das. Die ersten sind dann so Flaschen dunkelgrün und dann auch kein Problem. Und wenn man sie jetzt sieht, gehen sie eher an alte Blätter oder dunkelgrüne Blätter etc. Sobald die Bäume bei der Lotte, die schon etwas weiter sind, statt die, die für unser Auto so schön fest sind.